Vorbereitet sind wir mit Sicherheit gut, wir kennen die Mannschaft der Bayern, wir sind mit Sicherheit auch hoch motiviert. Derby ist immer ein besonderes Spiel, gerade gegen großen Stadtrivalen. Die Jungs gehen gemeinsam zur Schule, also ich denke, es erhöht einfach ein bisschen die Brisanz und entscheidend wird aber dann sein, was am Platz passiert. Man kann gut vorbereitet sein, aber die Umsetzung ist letztendlich dann entscheidend. Aber wir sind guter Dinge und wollen auf jeden Fall den Bayern einen heißen Fight liefern und möglichst natürlich die Punkte im Grünwalder Stadion behalten. Wenn ich das jetzt so genau sagen würde, dann ist die Gefahr natürlich auch größer, dass der Kollege drüben das mitbekommt. Deswegen wird es jetzt keinen Matchplan von mir geben. Ich denke, wir werden mit ganz viel Leidenschaft, mit Herz spielen. Wir werden als Kollektiv stark sein müssen, um die individuelle Klasse der Bayern in Schach halten zu können. Und natürlich werden wir auch versuchen müssen, in der Defensive kompakt zu sein. Natürlich ist ein Derby auch für den Trainer ein besonderes Spiel. Ich denke, man kriegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als sonst. Gerade in der Jugend ist das so, wenn man in einem Derby erfolgreich ist. Grundsätzlich ist aber jetzt schon ein Spiel wie jedes andere. Es geht um drei wichtige Punkte für uns. Wir brauchen Punkte, um die Liga zu halten. So gesehen ist momentan sicher ganz, ganz wichtig, Punkte einzufahren. Wenn es im Derby passiert, natürlich umso schöner.